Das sind Beweise. Sie müssen mich nicht anrempeln, ich habe nichts gemacht, ich kann hier stehen. Ich darf hier stehen. Nein, Sie haben die Angsthandlung nicht zu filmen. Doch. Ich mache nichts, ich will nur nicht, dass Sie den verletzen. Das macht doch keiner, der hat Widerstand geleistet. Ja, aber es sind ungefähr 20 Polizisten da, einer liegt am Boden. Das ist schon sehr, sehr, sehr auffällig. Das machen wir immer so. Und das sind Beweise, die ich auch nehmen darf. Dann müssen Sie die Gesetze mal richtig lesen. Und Sie müssen gar nicht auf mich losgehen, weil ich habe nichts gemacht. Sie haben mich vorhin angerempelt und weggeschubst. Das können Sie nicht. Das ist mein gutes Recht, das ist ein Beweis. Sie können keine Beweise einfach verdichten. Weil Sie das gesprochene Wort aufnehmen und das ist von Ihnen der Straftat. Das ist mein gutes Recht, das ist ein Beweis. Die Stadt wird in der Baik. Vielen Dank.